Hoffnung ist Leben. Wenn du das Leben liebst, verschwindest du keine Zeit umsonst. Denn Zeit ist das Material, aus dem das Leben besteht. Uns hat ein Kollege von SOS Kinderdorf in Deutschland kontaktiert. Mit einer sehr kreativen Idee, unseren Jugendlichen eine Stimme zu geben, zum Thema Hoffnung. Young Men, not much younger than I. Don't you know you got your whole life to be worried about all the things that are bringing you down? Wir haben uns mit den Jugendlichen gemeinsame Termine aufgenommen. Ich bin Dari, ich komme aus Syrien, ich bin 17 Jahre alt, seit sieben Monaten in Österreich. Ich heiße Jamil, ich bin 15 Jahre alt, ich komme aus Syrien, ich bin seit sechs Monaten in Österreich. Wir haben ihnen erklärt, was so der Rahmen des Projekts ist und dass es um Hoffnung geht und dass Hoffnung sehr viele Facetten hat, vieles bedeuten kann. Und es uns aber dabei darum geht, was sie unter Hoffnung verstehen. Ich bin Mahdi, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus dem Iran, ich bin fast zwei Jahre alt in Österreich. Es hat viele Unterschiede gegeben. Jeder von den zwölf Jugendlichen, die völlig andere Geschichte dahinter hatten. Ich heiße Bahcha, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Somalia, ich sprache Somalisch. Ich bin 16 Jahre alt, aber ich bin 15 Jahre alt. Und die habe ich aufgebracht, die wir als Kind auszündet haben. Wir haben zum Beispiel ein paar Jahre lang, wie wir es tun haben. Wir haben uns nicht erlebt, weil wir uns auch nicht vertreten, wie wir es sind. Wenn wir uns nicht vertreten, wehren die Probe. Ich bin einiger an die Bedeutung und die Bedeutung in diesem Land. Und der erste Ziel ist, dass ich mit meiner Familie und meiner Familie in diesem Land hier bin. Und wir leben in einer anderen Wohnung. Und wir leben in einer anderen Familie. Und der zweite Ziel ist, dass ich alle Meinungen und Meinungen in diesem Land bin. Ich wünsche mir die Welt, dass die Welt wieder in den ganzen Welt leben, und wir leben in der Welt. Ich wünsche dir. Ich heiße Ibrahim, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Syrien. Ich bin seit neun Monaten in Österreich. Ich heiße Tashinullah, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Afghanistan, seit vier Jahren in Österreich. Es ist ein Säge, ich bin 18 Jahre alt, ich bin 17 Jahre alt und ich hab mich neppet. Ich bin ein Zuhaarger, die ich in die Zeit. Ich bin ein Zuhaarger und ich würde auf alle Menschen wegstellen. Ich bin ein Zuhaarger und hatte zusätzliche Säge, ich weiß, was ich für euch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin seit ein Jahren und fünf Monaten hier. Ich bin seit ein Jahren. 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 Ich heiße Abdin. Ich bin um 17 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin seit zwei Jahren in Südostreich. Ich bin seit ein Jahren. 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 Ich bin seit ein Jahren.